Wir haben passend zu Weihnachten eine neue Verbotsliste gekommen, doch war es ein Geschenk? Luch oder Seen? Ja, es ist eine Verbotsliste ja vor kurzem rausgekommen, die ab dem 1.1. gilt. Und zunächst einmal, ich wünsche euch allen natürlich ein wunderschönes Fest, denn heute ist ja der 24. Aber wir wollen natürlich hier nicht nur reden, sondern auch Sachen durchgehen. Denn Leute, die neue Bandlist ist ja draußen und es gab ein, zwei, drei Karten, wo drüber man streiten kann, ob die Karten wirklich zurückkommen sollten oder lieber gebannt bleiben sollen. Und natürlich rede ich darüber einen sehr heißen Kandidaten. Ihr habt auch den Titel schon gesehen, also von daher Weltkelch. Ja, wir haben hier eine wunderschöne Ip und diese Ip hat sehr viel Potenzial. Sehr viel Potenzial und war zu Recht gebannt worden. Und wir wollen eben gucken, warum diese Karte gebannt wurde, beziehungsweise ob sie jetzt noch so schlimm ist wie früher und in welchen Decks man sie spielen kann und was man mit dieser Karte überhaupt ermöglichen kann. Also gehen wir mal Stück für Stück durch. Wir gucken nochmal, was die Karte überhaupt kann in die Karte. Ja, weiß der eine oder andere gar nicht mehr, was die Karte kann. Also, für die Synchronstörung dieser Karte kannst du ein normales Weltkelchmonster, das du kontrollierst, als Empfänger behandeln. Also haben wir quasi hier Chaos Angel Conditions. Also wenn wir ein Weltkelchmonster benutzen, können wir sie eben rufen. Man muss sagen, der Effekt ist so unwichtig. Also klar, in Weltkelch ist das nice to have, aber es ist halt relativ unwichtig. Denn es geht weiter. Du kannst jeden der folgenden Effekte von ihr nur einmal pro Spielzug verwenden. Das heißt, beide Effekte gehen einmal pro Spielzug. Schon mal nett. Falls diese Karte synchrobeschworen wird, kannst du deiner Hand eine Weltvermängniskarte von deinem Deck hinzufügen. Wir kommen gleich zu, welche Karten das so sein könnten. Und zweitens, falls diese Karte als Synchrobeschwörung beschworen wurde und auf den Friedhof gelegt wurde, du kannst ein Weltkelchmonster als Spezialbeschwörung von deinem Deck oder Friedhof beschwören, außer sie selber. Und da musst du uns schon sagen, das klingt schon alles sehr nice. Doch natürlich muss man wissen, was man damit machen kann und was das Ganze ist. Also, wir fangen an, warum man die Karte überhaupt gespielt hat. Denn der zweite Effekt kommt gar nicht so oft vor. Gehen wir später darauf ein. Aber der erste Effekt ist viel, viel wichtiger. Bei der Synchrobeschwörung dürfen wir uns eine Karte suchen. Doch was können wir uns überhaupt suchen? Naja, zunächst können wir uns nach folgendes Weltvermängnis suchen. Und sie sagt folgendes. Während ein Monster in deinem Friedhof beschworen ist als Spezialbeschwörung in eine Zone, auf die ein Linkmonster zeigt. Du kannst diesen Effekt nur einmal pro Spielzug aktivieren. Bedeutet, wir haben hier ein beliebiges Reborn. Und vor allen Dingen nicht nur für irgendwelche Themendecks oder so. Nein, nein, nein. Einfach für alle Monster im Friedhof Reborn. Natürlich, wir brauchen einen Linkmonster, wo es drauf zeigt. Aber sind wir ehrlich, ein paar Monster aufs Feld kriegt man inzwischen garantiert. Bedeutet also, wir haben hier ein Reborn for free. Bedeutet ein Extender mehr. Also, wir haben ja schon unsere IP auf dem Feld. Dann halt noch ein Linkmonster plus sie können automatisch dann halt eben in ein weiteres Linkmonster gehen. Was nochmal eine Stufe höher ist. Ist eine Karte, die man nehmen kann. Das ist natürlich gerade für Decks, die wie gesagt eben nicht auf gewisse Themendecks basieren. Sondern allgemein ein Reborn oder Extender haben wollen. Ist das nicht verkehrt. Aber es gibt auch noch themenspezifische Karte. Und zwar Weltvermängnis Wachdrache. Und diese Karte ist für Dragondecks. Denn sie sagt folgendes. Wenn diese Karte aktiviert wird, du kannst ein Drachmonster der Stufe 4 oder niedriger in einem Friedhof wählen. Füge sie in der Hand hinzu oder beschwöre sie als Spezialbeschwörung. Das allein ist auch wieder ein Reborn. Also vom Friedhof halt. Aber dieses Mal halt eben nur für Drachen. Ja, man kann es auch der Hand hinzufügen. Kann je nachdem halt relevant sein. Wenn das Monster halt nicht Spezialbeschwörung werden kann. Von daher auf die Hand nehmen. Passt dann auch. Ja, aber hier ist auch Stufe 4 oder niedriger. Heißt, wir haben hier sehr eingeschränkte Conditions. Denn wir haben Drache und Stufe 4. Und beides musst du natürlich erstmal haben. Wenn du es hast, super Extender. Aber auch hier sogar noch besser in dem Sinne. Weil, falls wir in Ib eben gegangen sind, können wir natürlich diese Karte suchen. Und dann, falls wir eben einen Drachenmonster Stufe 4 oder Niedriger von Friedhof benutzt haben, um eben Ib zu rufen, können wir das direkt Spezialbeschwören. Und können dann gleich weiter in ein nächsteres Synchromonster gehen. Denn Ib ist ja ein Empfängermonster. Bedeutet also, wir können hier auch weiter dann eben mit der Karte automatisch in das nächste Synchromonster gehen. Dann eventuell ein Omnigate. Also kann man dann sozusagen sagen, Ib selber ist ein Omnigate. Klar, sind dann sehr viele Umwege. Aber es ist theoretisch möglich. Weiter geht's noch. Ein Pro Spielzug. Du kannst ein Drachenmonster wählen, das du kontrollierst. Bewege das Monster, das du kontrollierst, in eine andere deiner Mainmonsterzonen. Du kannst nur einmal pro Spielzug diese Karte aktivieren im Effekt. Ja, das Wichtige hierbei ist, warum sollte man das Ganze schieben? Also warum sollte man shiften? Das Ganze ist ja für Drachen. Also ist klar, es geht quasi um Drangling, beziehungsweise Decks, die eben auf Drachenengine basieren. Und ja, fällt euch vielleicht irgendeine Mechanik ein, die mit Linkzone zu tun hat? Ja klar, ist ja logisch. Wir reden natürlich über Pisti. Und Pisti sagt ja, dass man eben nur das Spezialbeschwören darf, vom Friedhof oder Verband, auf das eben zwei Monster zeigen. Das Problem ist natürlich oft, wenn man eben Pisti ruft, dass nur auf ihn ein Link-Pfeil zeigt und der selber ins Leere zeigt. Der Vorteil ist jetzt hier dran, du nimmst eben Wachtdache und schiebst Pisti eben eine Zone weiter quasi, sodass er selber auf die Zone zeigt, wo er vorher lag. Und das linken Monster von oben dann halt eben darauf zeigt, wo er drauf war. Weil sonst hättet ihr ihn gar nicht beschwören dürfen. Bedeutet also, wir haben hier automatisch mit dieser Karte eben nicht das Problem, dass wir unendlich extenden müssen, um Pistis Effekt zu nutzen. Nein, nein, nein. Wir können direkt Pistis Effekt nutzen und haben weitere Extensions. Bedeutet also, wir haben hier eben durch diese Karte nicht nur eine dann, also nicht nur eine Kombination weiter, sondern zwei. Das ist sehr nice. Also wir haben ein Buddy mehr, was sehr gut ist. Definitiv ist das eine gute Karte. Doch jetzt fragen wir uns natürlich, okay, 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 das ist ja nett. Aber wir müssen erstmal in Synchro 5 kommen, denn vorher ist die Karte ja natürlich nicht rufbar. Und da habt ihr natürlich vollkommen recht, aber da gibt es natürlich auch gute und schnellere Wege. Zum Beispiel haben wir die Möglichkeit durch Draconats. Draconats ist eine Karte, die sagt eben, wenn sie normal beschworen wird, kannst du ein normales Monster der Stufe 2 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder dein Deck in Verteidigungsposition beschwören. Hier ist schon mal sehr gut, dass Hand und Deck ist. Heißt, wenn ihr das Monster zieht, was ihr eigentlich Spezialbeschwören habt, könnt ihr es ebenfalls Spezialbeschwören. Sehr gut. Aber natürlich, die Normal Summon wird hier benutzt. Darf man natürlich nicht vergessen. Aber gibt es einen sinnvollen Monster, den man Spezialbeschwören kann? Und na, die Antwort ist natürlich klar. Sonst wäre die Karte nicht so gut, glaube ich. Und zwar haben wir zur anderen Galaxy Schlange. Sie ist Level 2 Drache Empfänger. Er selber ist kein Empfänger. Heißt, wir haben 5 sofort. Er ist Drache. Wir gehen in Ib. Ib holt dann automatisch die Reborn-Karte. Die Reborn-Karte holt dann wieder unseren Galaxy wieder. Mit Galaxy können wir dann eben in ein Link-Monster gehen. Und dann haben wir später noch im nächsten Zug dann halt den Zugang auf Pisti zum Beispiel. Und dann können wir eben weiter schieben. Also sehr, sehr gut. Das ist schon mal eine Funktion, was man holen kann. Man könnte schon als Galaxieschlange, falls einer sagt hier so, man kann auch was anderes spielen. Ja, man kann auch Wachdrache spielen. Und zwar ihn. Ah, hat beide seine Vor- und Nachteile. Er ist nicht Dark oder Light. Was ein Vor- und Nachteil zugleich ist, ne. Wisst ihr jetzt, sag ich nur. Er ist natürlich Light. Von daher kann man ihn besser nutzen. Natürlich den Dragon Link. Von daher ist er eigentlich besser. Der hat 2-1 Staff. Er hat 1000 ATK. Das heißt, kannst auch noch Schaden damit drücken. Klar, 1000 ist nicht viel. Aber es kann ja irgendwann mal relevant sein. Lieber haben als brauchen, sag ich immer. Dementsprechend würde ich den bevorzugen. Aber ja, theoretisch könnt ihr auch ihn spielen. Ja, also das heißt, ist relativ einfach eben mit Draconettes hier eben das Ganze zu machen. In Ip zu gehen. Doch es gibt noch mehr Möglichkeiten, wie wir Ip irgendwie ermöglichen können. Und zwar haben wir diese schöne Karte. Denn ja, auch diese wurde gespielt. Sie ist zwar Dinosaurier, aber sie sagt folgendes. Und zwar, du kannst diese Karte von Friede verbannen. Beschwöre ein normales Monster des Typ Drachen der Stufe 7 oder niedriger als Spezialbeschreibung von deiner Hand oder deinem Deck in die offene Verteidigungsposition. Und auch hier halt ist es einfach klar. Wir wollen das Ganze machen, um dann halt eben wieder weiter zu extenden. Hat man auch damals gespielt. Also ist jetzt nicht so, dass das Ganze noch ganz unwahrscheinlich ist. Und hier hat man dann halt eben auch ein Drachenmonster geholt. Das bedeutet, auch hier wieder ist eben die Reborn-Karte für Drachen natürlich sehr, sehr stark und auch sehr, sehr gut. Ja, und jetzt fragt man sich natürlich nachdem, was man das Ganze hat. Okay, es gibt Möglichkeiten, wie man die Karte leicht beschwören kann. Es gibt sinnvolle Targets, die man holen kann. In welchen Decks kann man das Ganze spielen? Naja, das Ganze kann man natürlich in Dragon Link spielen. Ich glaube, das ist jetzt sehr obvious gewesen. Wir haben die ganze Zeit erzählt, es geht um Dragons, 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 Dragons. Ja, man kann das Ganze natürlich in Dragon Link spielen. Man hat natürlich an sich Dragon Link in seinem Bild gefunden. Wie Dragon Link funktioniert, hat man jetzt. Doch jetzt hat man eben die Möglichkeit, durch Ib eben automatisch mehrere Synchro-Plays zu ermöglichen. Und vor allen Dingen nicht nur Synchro-Plays zu erleichtern und dann weiter zu klettern. Nein, nein, nein. Wir haben eben auch wieder den Easy Access auf Wachtdach, also wieder mal searchbaren Reborn für Drachen. Was natürlich dementsprechend wieder hilft, wie ich sagte. Wir brauchen eben bei Pisti quasi ein Monster weniger. Können das Ganze eben machen. Wir können Pisti machen. Wir können Rummelus, er ist Rummelus, dann Pisti. Pisti schieben, dann haben wir Rummelus und Pisti. Können Reborn. Theoretisch bräutest du Feuerstoßdrache nicht mehr. Ich sage extra theoretisch. Denn wir wollen ja oft dann doch lieber in Kaliber-Endrache gehen. Ist Link 5. Heißt, wir brauchen eh höhere Link-Rates. Ja, muss man gucken. Natürlich, er braucht nur drei Plus-Effekt-Monster. Bedeutet also, wenn da eben zum Beispiel Rummelus liegt, Pisti und noch ein Monster und noch ein Monster, geht das Ganze auch. Aber ist die Frage, ob man das will. Aber im Großen und Ganzen kann man das Ganze eben dafür nutzen. Man muss einfach sehen, ob sich das Ganze eben lohnt. Denn wie gesagt, generell kann man das hier machen. Wir sehen zum Beispiel hier, wir haben hier natürlich eine sinnvolle Normal Summon, die man jetzt natürlich noch austauschen müsste. Dann ging zum Beispiel Draconet und da muss dann die Frage, will man das? Das ist halt die Frage. Aber im Großen und Ganzen ist es eine Möglichkeit, wo man die Karte eben spielen kann. Und zusätzlich natürlich allgemein, wenn es irgendwelche Combo-Synchro-Spam-Decks oder ähnliches gibt, ist diese Karte natürlich ebenfalls spielbar. Denn ja, es ist eine Synchro-Karte. Also sie selber, ich habe schon gesagt, ist eine Extender. Also sie holt einen Extender for free. Das ist halt safe. Wahrscheinlich habt ihr einen Level 3 Monster genutzt. Am besten hier in diesem Fall dann sogar den Nicht-Empfänger. Das heißt, wir können automatisch eben mit sie und der searchbaren Spell dann automatisch eben dann in einen Synchro-8 gehen. Und mit Synchro-8, ja, Leute, können wir genug Faxen machen. Das wissen wir selber. Von daher ist das natürlich gut. Aber in welchem Deck kann man das Ganze ebenfalls spielen? Naja, das Ganze kann man zum Beispiel auch in Weltkeich spielen. Denn ja, Leute, ich habe ja schon gesagt, sie hat einen zweiten Effekt. Und zwar, du kannst einen Monster speziell auch schon für deinen Deck oder Friedhof beschwören. Und Weltkeich, beziehungsweise Weltvernächtnis mit Weltkeich und allem drum und dran, ist ein Deck, was mal Tops hatte, Leute. Man glaubt es kaum, aber dieses Deck hatte wirklich Tops. Und ja, war natürlich auch mit dazu beigetragen. Und eben diese Karte kann eventuell wieder dafür sorgen, dass man eben wieder Weltkeich vielleicht in der einen oder anderen Region topen sieht. Man weiß es nicht. Deswegen reden wir darüber überhaupt, weil wir eben gucken wollen, ob das Ganze eben jetzt so stark ist oder nicht. Zusätzlich muss man noch erwähnen, jetzt, da wir hier über Synchros reden, Maze of Millennia kommt raus. Und das ist ebenfalls ein Synchro-Support-Set. Also unter anderem natürlich, nicht nur, aber unter anderem. Denn wir bekommen hier dann eben die Erdgebundenen, die ebenfalls sehr gut Synchro-Beschwörungen durchführen können. Und da ist natürlich dann die Frage, ob man das nicht vielleicht in ein Synchro-Deck eventuell spielt. Eventuell eben diese, eventuell IP noch dazu, dann eben als Extender oder nicht. Man wird auf jeden Fall sehen, wo die Reise hingeht. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass mir das Experiment gefällt, dass man diese Karte auf 1 zurückgebracht hat. Klar, die Karten, die da sind, wie man sie gerufen hat, sind noch da. Klar, die Karten, die man sucht, sind auch noch da. Die Decks, die damals damit gut waren, sind auch noch da, beziehungsweise können jetzt wieder hochkommen. Aber natürlich, die Meta hat sich deutlich geändert. Wir haben Bistials inzwischen, was auch einiges ändert. Und des Weiteren muss man einfach sagen, dass eben vielleicht die Karte gar nicht mehr so stark ist. Dennoch denke ich, dass sie eben ein sehr guter Extender ist. Und gerade wenn ein oder anderen Combo-Deck auf jeden Fall eine sehr große Bereicherung ist. Und vielleicht sogar doch dafür sorgt, dass es eben mit in der Top-Tier ist. Ich denke dennoch im Großen und Ganzen, dass die Karte selber, also sie selber nicht dafür sorgt, dass das Deck Top-Tier ist. Das Deck wird konstanter dadurch, definitiv. Das Deck wird auch besser dadurch, definitiv. Aber das Endboard, sie selber gibt das Endboard nicht vor. Sie hilft, das Endboard zu erreichen, aber sie ist nicht das Endboard. Weil sie selber halt einfach nur dafür dient eben, dass man eben weiterkommen kann. Und nicht, dass sie am Ende dann liegt und sagt, ja, ja, hier, deal damit mal. Ja, weil sie selber macht ja quasi gar nichts. Von daher denke ich mal, ist es okay, dass man sie zurückgebracht hat. Und ja, man kann darüber streiten. Sollte man, sollte man nicht. Aber ich habe da einen guten Vergleich zu. Leute, kennt ihr doch so ein Synchro-Monster? Level 5? Ja, Denglong. Denglong war so eine Karte, wo auch viele sagten, ah, weiß ich nicht, soll man das? Ist doch ein bisschen stark. Aber auch hier, Denglong zum Beispiel, hat dafür gesorgt, dass du eben ein Omni-Negade suchen kannst. Oder weiter extendern kannst. Also diese beiden Möglichkeiten gibt es. Wie gesagt, du kannst ja die Counter-Trap suchen. Aber du kannst auch eben weiter extendern. Und natürlich ist das nicht schlecht. Aber auch hier, das Endboard muss passen. Und das Deck selber muss passen. Und das war eben nicht der Fall. Denglong, klar, wird irgendwann nochmal seine Zeit haben, dass da zusätzlich in der Kombo vielleicht entweder nebenbei gemacht wird. Und man eben einfach ein Omni-Gate for free bekommt. Oder eben nebenbei genutzt wird, um die passenden Level zu haben. Damit man eben entsprechend hoch ranken kann. Sei es Link, sei es Synchro oder ähnliches. Da denke ich mal, Denglong wird nochmal seine Prime haben. Und Ip definitiv auch. Aber eben nicht jetzt. Und höchstens wird es jetzt ein Hilfsmittel sein. Und dementsprechend finde ich das Experiment gut. So, jetzt möchte ich mal wissen, was haltet ihr von der Karte? Findet ihr zu Bro? Und dann sagt ihr euch, ja, ich mag das Experiment. Kann ruhig auf 1 mal gucken, was passiert. Wie gesagt, was haltet ihr davon? Unten in die Kommentare. Und ich wünsche euch jetzt natürlich wunderschöne Feiertage. Und bis bald.